Uns erwartet eine Konfrontation mit den Brutals, aber zuerst wollte ich noch hier ein Geheimnis aufdecken, denn ich habe hier etwas gesehen da unten, aber allerdings, oh, doch, hier kommt man da lang, hatte bis gerade eben keine Ahnung, wie wir da am besten hinkommen. Aber jetzt ist das klar, in der letzten Folge bin ich hier leider noch schön abgeschmiert, aber so sieht das gut aus und da wird dann sicherlich einen Mond auf uns warten. Ah, sehr schön. Schatz im Turm. Schatz, wo ist der Schatz? Im Turm. Wo sonst? Okay. So, die Brutals warten auf uns. Vielleicht wartet sonst auch noch was? Nein. Aber wenn niemand wartet, die Brutals tun es bestimmt. Oh. Also ich würde sagen, es ist japanisch angehaucht, mehrheitlich oder hauptsächlich. Das Ganze. Hm. Wenn du sehen willst, was da drin abgeht, musst du dich schon mit mehr Hingabe deinen Klamotten widmen, mein Freund. Du siehst nicht gerade wie ein Samurai aus. Ming, 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 ming. Ja, eigentlich könnten wir uns ja dann schon mal als Samurai verkleiden, was meint ihr? Guten Tag. Ich hätte gerne noch ihren schönen Mond. Shopping in Bowsers Festung. Einkaufsbummel. Wie heißt das hier? Sonst heißt es Shopping. Okay, Samurai-Helm. Und den Hachimaki gibt es auch noch. Oh. Und Sticker. Das ist natürlich schon auch wirklich cool. So. So. Erstmal das Wichtigste. Der Samurai-Helm und die Samurai-Rüstung, bitte. Dankeschön. So. Jetzt umziehen. Bis bald. Tada. Samurai-Mario. Ja, Samurai-Mario. Jetzt dürfen wir hier hinein. Mit dieser Rüstung siehst du aus wie ein Samurai-Krieger. Beeindruckend. Na dann. Hier entlang. Okay. Hoch. Ja, wie geil. Okay. Finde ich sehr gut. Okay. Nächstes Level. Nein. Das war ja fast abzusehen, dass das passiert. Aber kommen wir hier noch durch die Tür? Ne. Okay. Wir versuchen es nochmal. Also hier ist dann, oh, Timing gefragt. So. Okay. 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 Tja. Schnell sein. Einsammeln. Toll. Nein! Oh nein! Der schöne Mond. Das war auch nicht, auch nicht klug. So. Jetzt ein bisschen warten, bis der hier zurückkommt. Dann können wir hier schon mal weitergehen. Ja, der Mond ist natürlich jetzt nicht mehr da. Ja, das war ja auch fast abzusehen, dass das noch passiert. Nein! Okay, nochmal. Aber immerhin leben wir noch. Hm. Okay, so. Jetzt einmal hier im Kreis. Und den Mond eingesackt. Jetzt war Notenjagd hinter dem Paravan. Hey. Okay. Okay. Das war auch fast klar. Und jetzt halt hier ein bisschen tiefer. Autsch. Ah! Die Überquerung des Giftsumpfs. Mit voller Energie. Sonst wäre es jetzt ausgewiesen. Okay. Uh, meine Güte. Das war jetzt nervenaufreibend. Äh. Ich bin ein, ein guter, guter hier Krieger und hab das wunderbar geschafft. Was gibt's hier noch? Hm. Da fehlt außerdem noch ne Figur, ne? Hm. Ich seh das doch. Erkenn das sofort. Hier, vielleicht. Können wir eine mitnehmen? Aha. Ah. In Rei... Und Gilead aufgestellt. Jizo in einer Reihe. Aber hier ist irgendwas doch. Irgendwas hat das hier mit auf sich. Vielleicht müssen wir den anderen dort reinstellen. Sind ja auch nicht zum Spaß zwei wahrscheinlich. Oder der kann das zerstampfen. Achtung. Aha. Ja. Die wollen hier auch noch aufgereiht werden. Sehr schön. Nochmal Gizo. In Untergrund Gizos. Dum, dum, dum. Gut. So. Und es geht weiter. Die Brutals warten auf uns. Haupthof. Eingang. Aber jetzt muss ich das Tor noch öffnen. Oh, das sieht auch aus wie eine Arena hier. Ah. Zwei Brutals sind noch übrig. Hm. Hm. Der Chef hat nicht übertrieben, als er meinte, ihr wärt hartnäckig. Das macht aber gar nichts. Denn ich werde der Familie, der Brutals, alle Ehre machen. Und euch ausmerzen. Wow. Attacke. Doppel-Brutal-Angriff. Bom. Hilfe. Ich glaube, hier müssen wir erstmal ausweichen. Genau, es werden weniger. Aber die müssen wir jetzt hier... Ai, ai, ai. Alle vom Kopf schlagen. Bam. Gut. Also jetzt hier ausweichen. Okay, und sein... Oh Gott. Sein Hut-Turm wird immer länger. Ja, genau. Nein. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ah. Puh. Das ist immer die letzte... Ja, der letzte... Äh, die letzte Attacke bei mir, die dann immer... Fragwürdig... Fragwürdig ist, weil ich dann immer auf ein Leben runtergehe. Okay, das haben wir. Und Brutal Nummer 2 steht doch hier drüben sicherlich schon. Oh. Da wäre jetzt auch noch ein Porträt. So, weiter geht's. Der letzte Brutal. Japp. Die Hochzeit steht kurz bevor. Und der Chef macht sich da vorne im Tour schick für das große Ereignis. Ihr beiden macht euch aber besser schnell aus dem Staub, denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. Na ja, das war das hier. Da muss man das hier zurückschleudern. Irgendwie ist ihr Haargummi dann. Also diese Dinger dann, die sie hier... Alles, was an ihrem Haar befestigt ist. Naja, und dann kann man das hier zurückschleudern, wenn sie die Bomben fallen lässt. Jetzt. Genau. So. Nummer 2. Bum. Und. Das war's. Ah. Diesmal war ich drauf vorbereitet. Beide Bowser-Statuen sind kaputt. Das bedeutet für uns... Das Tor öffnet sich. Konfrontation mit den Brutals. Die Brücke fährt aus. Abrechnung in Bowsers Festung. Ach herrje. Ach herrje. Ab wenn man denkt, ach, das war's jetzt. Endlich, wir haben den Haupthof erreicht. Und hier ist auch noch mal so einer. Nobala. Krieg ich ja vor Schreck schon Schluck auf. Was ist da unten? Ein Koi. Koi-Fisch. Aber den können wir doch sicherlich... Atmen. Nee. Okay. Aber da ist ein... Hm. Im Graben versunkener Schatz. Bum, 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 bum. Okay. 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 Ob's hier unten auch noch was gibt. Hm. Da ist ein goldener Fisch. Aber ich glaub, die haben... Mit Bowser jetzt erstmal nix zu tun. Hm. Von unten sieht man auch nix mehr, oder? Naja. Nix unten versteckt. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall den Vogel dafür. Denn wir müssen dort an die Wand... ...und uns jetzt die Festung hocharbeiten. ...und uns jetzt die Festung hocharbeiten. Hm. Uff. Okay. Auf jeden Fall steht uns ein langer Weg bevor. Okay. Okay. Die äußere Mauer. Da ist Gift drin. Uh. Okay. Nee. Kaputt machen wollen wir dich nicht. Du willst hier noch was Blatt machen. Probier mal in die gelbe Markierung auf seinen Kopf zu piksen. Autsch. Aber wir wollen diesen Mond hier noch haben. Na, wie wär das? In einem Block in der Festung... ...befindet sich dieser Powerstern. So, ein Abstecher nach hier drüben. Was das hier ist, weiß ich nicht. Und du? Hast Angst vor mir? Brauchst du nicht. Ich bin's, Mario. Ich irre hier schon lange. Allein über die Dächer. Ich hab mich wohl total verlaufen. Aber beim ganzen Rumgeirre habe ich diesen Mond gefunden. So was... So war es am Ende doch noch zu was Nütze. Tada. Schön, dich zu sehen, Captain Todd. Hm. Und hier unten? Gibt's da auch noch was? Oder wackelt das da einfach nur? Da hätte es noch Münzen. Nein, komm zurück, Vögelchen. Ja, dann müssen wir jetzt kurz warten. Naja. So. Aber man muss aufpassen, wenn man zu sehr nach links oder rechts drückt oder so, dann löst er sich gerne mal. Das weiß ich. Okay, jetzt hier reinpiksen. Aha, dann geht er auch kaputt. Okay, jetzt können wir hier Glücksrad spielen. Okay, jetzt hier reinpiksen. Das war knapp. So, jetzt hier nach drüben zu diesem Rädchen. Und hier hat es halt auch noch mal Zeug. So. Ui, okay. Innere Mauer haben wir erreicht. Wir müssen nur noch ein bisschen weiter klettern. Aber das, liebe Freunde, machen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Ciao.